Lena Gerkes, 34, Tochter hat ihr Lieblingshobby schon gefunden. Die kleine Zoe ist inzwischen zwei Jahre alt und der ganze Stolz des Models und seines Freundes Dustin Schöne, 37. Bald wird sie auch große Schwester sein. Ihre Mama erwartet aktuell voller Vorfreude schon ihr zweites Baby. Eine aufregende Zeit, die aber auch schwierig für ihre Erstgeborene ist, weil sie Lena jetzt bald teilen muss. Aber beim Reiten vergisst Zoe alles um sich herum. Ihre allerliebste Beschäftigung schrieb Lena in ihrer Instagram-Story zu einem süßen Bild ihrer Tochter. Darauf sieht man Zoe von hinten auf einem kleinen Pony sitzen, ihre markanten blonden Locken blitzen unter ihrem Reithelm hervor. Die Tiere wirken offenbar eine ganz bestimmte Magie auf die Kleine aus. Sie ist so glücklich und ruhig, wenn sie ein Pferd reitet, es ist unglaublich, staunte die GNTM-Gewinnerin der ersten Staffel weiter. Doch Reiten ist nicht Zoe's einziges Hobby, auch musikalisch ist sie schon sehr interessiert. Lena teilte ein Video, in dem ihre Tochter an einem winzigen weißen Klavier sitzt, und schon morgens in der Früh leidenschaftlich darauf klimpert. Etwas zu früh sogar für ihre Mama. Morgens um 7.30 Uhr schrieb sie mit einem Lachsmilli zu dem Klip.